Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, seit Dienstag haben wir ein neues, wichtiges Werkzeug im Kampf gegen die Pandemie. Und wir müssen jetzt aufpassen, dass wir nicht nachher durch zu umfangreiches Testen, klingt jetzt total, muss man erstmal immer um zwei Ecken denken, durch zu umfangreiches Testen zu viel falsch Positive haben. Untertitelung. BR 2018